Diesen Beitrag widmet Ihnen Trachtenmode Hibaum. Servus zum Bauern und Band 2014! Wipse! Der Bauernbombenball, man braucht nur rundherum schauen, wie viele schöne Frauen und Männer und alles rundherum. Ich glaube, der Bauernbombenball ist unser größtes Event. Der Bauernbombenball ist ein lustiger Ball, wo viele fröhliche Herzen herkommen und hoffentlich noch fröhlichere nach Hause gehen. Dass einfach so viele Leute jetzt auf einem Fleck zusammenkommen und einfach viele Leute wieder siehst, was du lange nicht gesehen hast. Und das ist interessant eigentlich doch. Das ist einfach ein Event, der zur Tradition geworden ist. Die Bauern sind lässig, die Bauern machen es unkompliziert. Der Bauernbombenball ist die Verbindung von Tradition und Moderne. Für jeden etwas dabei ist, für jede Musikrichtung. Modern ist die schwarze Bluse mit der Schürze und klassisch ist einfach das immer werdende grün. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl heute. Ja, ich bin heute ein bisschen mehr für die klassische Tracht. Obwohl ich ein bisschen lockerer angezogen bin mit der Schallkrawatte. Aber wir als Firma Hibam stehen doch für Tradition. Die Moderne gefällt mir am besten. Die klassische habe ich zuhause und auch die Moderne aus der Gewicht. Das kommt immer auf die Geschichte an, wo man hingeht. Ich bin schon für die klassische Tracht. Und bin auch einer, der gerne eine echte Tracht trägt. Aber ich sage ganz oft, der Ball ist auch da für eine moderne Tracht. Worauf schaust denn du als erstes beim Mädel aufs Dirndl? Wenn ich jetzt keine Freundin hätte. Auf die Augen. Auf welche Augen? Kommt drauf vor, was du als Auge definierst. Die Brüste. Dich als Steirer, was ist denn für dich so besonders an der Steiermark? Das Besondere ist schlicht und einfach das Zuhause. Das Zuhause sein, das Heimkommen, die Bodenständigkeit, die Freunde, die Familie, die Wurzeln, die Vertrautheit. Die Besonderheit der Steiermark ist eigentlich die Vielfalt. Das Bekenntnis zu Brauchtum, zu Tradition, die Landschaft. Steiermark ist das Blumenland. Die speziellen Köstlichkeiten, die ich auch schon sehr ins Herz geschlossen habe. Unsere schöne Südoststeiermark, unsere steirische Vulkanlandregion, ist sie sehr bekannt für Buschenschenke und unter Anführungszeichen auch unter speziellen Vulkanerschinken. Wir haben ja auch eine wunderschöne Gesamtregion von tollen Produkten, von Schinken und Weinen. Die Steiermark ist von den Menschen, von der Gegend, von der Landschaft so besonders und einzigartig. Dass ich nirgends anders auf dieser Welt sein möchte und das, glaube ich, macht es dann eh aus. Polaroid! 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 Polaroid!